hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von fifa 16 machen wir weiter mit der partie schalke gegen frankfurt so ich hoffe die partie läuft auf jeden fall besser als die letzte gegen den vfb stuttgart die mega enttäuschend war das war wirklich überhaupt nichts was wir abgeliefert haben das muss auf jeden fall hier deutlich besser werden und ich hoffe mal dass es auch deutlich besser wird eine partie können wir auf jeden fall nicht noch mal abliefern das war wirklich das war nichts ja okay wollen wir mal ja schade ja schade Der ist weg und jetzt können sie einen Futter fahren. Der kommt gut. Aff, aff, lui. Da geht nicht genau, genau. Keiner ist da. Fedoevich. Azebo. Ah, schade. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Es gibt Einwurf. Der Ball ist immer aus. Spieler im Fokus. Maximilian Meier. Okay, kann ich verstehen. Ich bin da mein bester Spieler. Oh, jawohl. Sauber auf Heepers. Isanto setzt dich durch. Was machen die denn? Jetzt ist die Kugel weg. Muss ich jetzt nicht mal stehen, warum das ganze hergeschieben sein soll, oder? Auge. Paul. Er entscheidet auf Paul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Nein, finde ich nicht. Nein, finde ich nicht. Ach, schade. Die Kugel. Ach, schade. Aber, aber, aber. Sehr gut. Jetzt gefährlich. Okay. weiter geht es mit einem Eindruck es geht es geht nein es geht nicht es geht Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum er den Ball nicht hat, oder? Ja, das ist doch auch so. Es läuft momentan durch Wachsen. Die Davi spielt den Ball eigentlich perfekt, oder? Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Jetzt bringt er die Flanke rein. Fragt jetzt so ungenau, wo hat sie den Torwart? Oh shit! Oh! Was? Zur Hölle! Was zur Hölle? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, Wiederzünder! Jetzt wird's gefährlich werden! Klasse! Seitenwechsel! Schöne Aktion! Da hat er Platz! Jetzt die Flanke! Ich hab mehr vom Spiel, aber klar mehr! Ja! Nein, kein Helfer, Leute! Kein Helfer! Frankfurt ist so passiv hier, ne? Das ist der Wahnsinn! Alter! Der Pass zurück zum Keeper! Dies 0-0 ist wirklich absoluter Witz! Ehrlich! Kramer! Mindestens Gelb! Der Pass zurück! Ach, verflucht! Der Pass zurück! Ey, die sind so passiv, Alter! Ach, das ist schon wieder alles nichts! Der Pass zurück! Gibt's jetzt die Gelegenheit! Er kann ihn reinbringen! Alter, ich wollte er anfangen zu jubeln! Ich hab gedacht, er geht rein! Ich hab gedacht, er geht rein! Toll! Was? Jawohl. Die machen nichts nach vorne. Gar nichts. Mein Gott. Nee, Alter. Ey, die machen nichts nach vorne. Ey, das ist so einseitig. Das gibt's nicht. Jetzt geht's weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Also. Ganz einfach den Ball getrunken. Und sie verlagert das Spiel auf die andere Seite. Ginschek. Was macht Ginschek? Ecke. So, hoffentlich irgendwas Vernünftiges. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Das ist auch kein Fall, ne? Ich tue es nicht. Oh ne, das verletzt alles. Ich sehe es kommen, oder? Relativ unauffälliges Spiel bislang vor dem, oder Buschi? Also er kann sich ja mehr. Bisher spielt er keinen Platz. Die sind so widerlich zu spielen. Warum Ecke? Der war doch nicht mal abgefälscht. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Gute Tracke. Da muss er den Ball weg. Ich kriege den Ball da überhaupt nicht mehr raus. Was ist denn hier los jetzt? Den muss er jetzt fahren. Weg. Nein, Gott. So, ich wechsle aus hier. So, die Leute haben es schon gesagt. Die Davi geht weg. Höger kommt. Chupomo 10 kommt für den unauffälligen Gincheck. Da kann er sich den Ball holen. Da kann er sich den Ball holen. Ah, da komme ich immer als G90 durch. Azebe spielt den Ball direkt zurück. So hält man den Ball in eigenerlei. So hält man den Ball in eigenerlei. Fantastisch. Die Pflanze geht zum Glück an. Und damit ist er mal weg. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Das macht er schreckt. Das macht er schreckt. Der Ball fliegt über das Tor. Dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Das macht er schreckt. Dann füllen den FC Schalke. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg. Aufsides. Ach mann! Ey, das kann alles nicht. Oh, da laufen drei Leute am Ball vorbei. Och, Geis! Wir spielen nach hinten. Er wurde. Wer kommt mit? Da kommt keiner wieder mit. Er wurde Chubu Muzing. Ach. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Ach. mit Kramer geht irgendwie einer hin. Alter, jetzt übertreibst du nichts. Einwohner für uns. Natürlich nicht für uns. Einwohner für uns. Sie ändern die Taktik und wollen sich jetzt wohl hinten einstellen. Auch das gut geht. Sie machen jetzt nicht nur noch das Ergebnis zu verwalten. Riskante Taktik. Wenn sie ein Tor kassieren, dann wird sie natürlich schnell wieder umzuschauen. Hier steht es noch 1-0. Viel bleiben nicht mehr zu spielen gegen mich. Kein Foul oder was? Mann! Dann krieg ich die Kugel einfach nicht rein. Ich fahre das alles nicht. Ja, gehst du doch hin! Ja, gehst du doch hin! Mann! 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 Worum gehst du da hin? Nein! Das kann nicht wahr sein. Das nächste zu Null-Spiel. Das nächste unentschieden. Ey, wir verlieren wieder am Boden, Alter. Das kann nicht sein. Was soll ich denn machen? Wieso treffe ich denn mittlerweile nicht? Mein Gott, Alter. Das kann es nicht sein. Welcher Platz sind wir aktuell? Momentan noch der Vierter. Mein Gott, Alter. Nee. Liebe Leute, mach ich immer einen Folgen, Greg. Bis zum nächsten Part von FIFA 16. Hau rein und tschüss. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein.